Ich hab kein Bock mehr hier oben. Hallo! Du hast Sprung und Schöpfung. Man kann... Man kann... Mein Eltern hat den Map. Hä? Komm, lass deine Map gehen. Wolle ich ja nicht mal ziehen. Komm, lass deine Map. Wie lange hast du für diese Map gebraucht? Hm, Tag. Kuss, gibts mein Handy ja kurz. Was würdest du jetzt machen, wenn ich jetzt alles kaputt machen würde? Warum nimmst du mir Rechte weg? Ich hatte Angst. Digga, doch. Du ehrenloser. Du hast mir auch bei dir Rechte weggenommen, deswegen auch. Du weißt ja nicht auf. Du weißt ja nicht auf. Du weißt ja noch. Ich hab's nicht noch vor. Ja, ich hab's jetzt nicht gebraucht. Ich hab's jetzt schon mal aufgereiht. Ja, ich hab's ja schon mal auf den Knochen. Warte doch auf! Oder ich leg jetzt bloß eine Runde los. Warum kriegst du mich? Sag ich mir nicht mal die Tür. Kann man nicht aufrufen, Digga? Die Arme, Alter! Was machst du, was machst du? Jura, darf man nicht erst mal die Tür? Doch, doch. Dann ein bisschen Spaß, Digga. Aber ganz ehrlich, was ist denn immer, Bruder? Geht ihr die? Hast du gelootet? Okay, geht's jetzt los. Nein, ich hab nicht gelootet. Nein, ich hab nicht gelootet. Nein, ich hab nicht gelootet. Nein, ich hab nicht. Nur mit Holz bauen. Was fehlt? Nur mit Holz bauen, hab ich gesagt. Nicht viel. Ich hab nicht gelootet. Ja, du hast gesagt, irgendwas, die Map ist nicht. Das ist keine Map, irgendwas. Dings wie... Das ist gesagt, nur mit Holz bauen. Was ist das denn plan? Oh, du hast... hast du mich dann gekriegt vorhin? Äh... Ich dachte, da ist eine Pistole. Ich dachte, da ist eine Pistole. Das lässt einfach... hä? Pistole! Ich muss, ich muss die Pistole nicht schrappen. Da gibt's Straps. Ja. Ja. Gib mal auf. Oh... Ich hab, ich hab... Warte. Okay, ab. Gib mal auf. Sag mir immer wieder. Warte. Sag mir immer wieder... Oder du? Samuel... Juhu Nein, eigentlich nicht so. Du bist gut, weil Progamer so. Warum? Ich habe mich so. Du alles kann. Okay, soll ich mal wie ein Progamer spielen? Komm, mach mal. Soll ich mal gerne stehen? Ach, mach mal. Was? Ich habe mich selber mir wieder beglemmt. Ihr habt sich mal gerne stehen, ihr könnt ihr? Ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt. Ich mache mir eine Weile zu Hause. Was? Es ist eine Weile zu Hause, ich habe einenes Weile zu Hause. meine leine sind deshalb steigen nichts gegen dich aber macht nicht mal richtige ich mache meinst du das war ja doch okay was sind richtig Jedoch, du bist nicht dein 90, ich hab dich richtig, aber guck mal, warum bin ich dann die ganze Zeit im Heidelbeer, wenn mein 90 schlechter ist, deine Hände. Ja, zeig mal, zeig mal, wenn deine 90 ist. Du hast gerade eben vorher gesagt, dein 90 ist ein Baba, hast du zu mir gesagt? Ja, aber meine sind nicht. Wo bist du jetzt? Warte, ich muss kurz was einstellen. Warte, ich muss kurz was einstellen bei mir. Kühl mich nicht. Oh, du fack, dein R? Warte, ich muss kurz was einstellen bei mir. Ähm. Warum abonnierst du mich schon, du bist nicht? Oh, wegen dir bin ich gestorben gerade. Schauen wir, wie viele Abonnierst du denn? 18 oder 14. Wie viel hatst du geschaffen auf Station Louis? 2. Was? Hier auf unser YouTube-Kanal. Hab du abonnierst? Ja, ich sehe. Äh, Gaming, alles klein. Schreib. Gaming. Ja. Alles klein. Abstand? Ja, hab ich schon. Boys. 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 Ich will, der klopft niemanden. Ähm. Ich hab fünf Abonnenten. Nein, Boys, Abstand. Ach so. Boys. Abstand, ja. RdW, wir haben, wir sind so ein orangenes G, siehst du den? Rd. Abonnier uns mal, bitte. Ja, alle, alles von euren Dingen. Alles von eurer Familie safe. Nein, ich schwöre. Ich schwöre. Tausend Milliarden prozentig. Abonnier uns mal. Alles von eurer Familie jetzt nicht. Hätte ich bei meiner Familie gesagt, sie sollen mich abonnieren, hätte ich safe schon irgendwie 150 Millionen abonnierst. Ja, aber abonnierst du uns nicht? Ähm, warte. Ich hab dich abonniert. Solltest du dich ja abonnierst? Habibi, sollst du dir sagen, wer mich abonniert hat? Meine Mutter, mein Vater und meine Schwester. Und Luis, dein Vater, dein Mutter und eher. Und Luis hat Freunde, ich hab Abo-Zocken-Videos gemacht, ich hab Para gemacht, ich hab Verloseungen gemacht, du hast nicht 1 Euro gemacht damit. Du kriegst, du kriegst, äh, wenn du 1000 Aufrufen, 2000 Aufrufen hast, dann kriegst du Dinge. Ja, guck, wenn es weitergeht, dann haben wir ja mehr Abonnenten, wir machen Geschäfte gerade. Warum abonnierst du jetzt nicht? Abonnier doch, abonnier doch. Ich hab dich schon lange. Schon lange, ich war dein erster Abonnent. Mhm. Mein dritter, meine ich. Ähm. Wie heißt du auf YouTube? Guck doch, ich hab dich nicht mal abonnierst. Nee, abonnierst. Ich hab dich schon lange abonnierst. Schon längst auf von meinem alten Handy, aber ich hab jetzt neu. Ich mach jetzt einfach mal abonnierst. Oh nee, bitte, muss ich drin sein? Ja. Ja. Ja, warte mal kurz. Wenn du da mal, warte mal kurz. Oh ja, warte mal kurz. Oh ja warte mal kurz. Ja du kommst, warte mal kurz. Und du kommst, warte mal kurz. ja dann machst du nichts leichtes sag einmal zum YouTube-Kanal, jeder macht Details, Videos, Videos so wie lange hast du schon YouTube? Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020